Aua! Nächste? Aua! Ja, Markus! So, eigentlich? Wir haben die Sachen zugescheitert. Wir sind noch anders. Wir wollen jetzt die Grenze Volleyball. Okay? Nächste? 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 Schau, die wir jetzt wollen jetzt die Grenze. Was? Eins, zwei, zwei! Die Grenze Volleyball, die wir hier vorher sind. Entworte! Die Grenze Volleyball. Der ist keine Änderung. Die Grenze Volleyball. Die Grenze Volleyball. Die Grenze Volleyball. Der ist eine Warte Volleyball. Die Grenze Volleyball. Der ist ein fmid, weil die Grenze Volleyball ist. Der ist ein Fokus. Ich mach mal wiederholen, weil hier kann man nicht sagen, okay? Okay? Wiederholen. Okay. Weil hier kann man nicht sagen, ob das so gut ist.